Sebastian Ernst ist ein ehemaliger deutscher Leichtathlet, der im Sprint startete. Er startete für den FC Schalke 04, TV Wattenscheid und TSV Bayer 04 Leverkusen. Leben Ernst wurden bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2002 in Kingston als bester Europäer Sechster im 200-Meter-Lauf. 2003 wurde er in Tab A-Junioren-Europameister und gewann mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel die Silbermedaille. Bei den U23-Europameisterschaften 2005 in Erfurt gewann er Silber im Einzel- und mit der Staffel und galt 2004 05 neben Tobias Unger als bester deutscher 200-Meter-Sprinter. Ernst nahm an den Olympischen Spielen 2004 in Athen teil, wo er das Halbfinale erreichte. Im Zwischenlauf hatte er seine persönliche Bestleistung auf 20,36 S verbessert, womit er sich auf Platz 3 der ewigen deutschen Bestenliste schob. Hinter Tobias Unger, der am selben Tag 20,30 S gelaufen war, und Frank Gemmelmann. 2005 startete Ernst bei den Weltmeisterschaften in Helsinki. Im Jahr darauf wurde er deutscher Meister und nahm an den Europameisterschaften in Göteborg teil, wo er mit der deutschen Staffel den fünften Platz erreichte. Seit 2007 konnte sich Ernst nicht mehr im Einzel- oder in der Staffel für Großereignisse qualifizieren. Ehe er bei den Europameisterschaften 2010 in Barcelona über 200 Meter am Start war und dort eine Runde weiter kam, auf seinen Einsatz in der Staffel musste er wegen einer Oberschenkelverletzung beim Aufwärmen verzichten. In der folgenden Hallensaison wurde Ernst deutscher Hallenmeister. Dabei stellte er in Leipzig am 27. Februar 2011 in 20. 42 S einen neuen deutschen Hallenrekord auf und unterbot die sechs Jahre alte Bestmarke von Tobias Unger von 20,53 S. Im Sommer nahm er an den Weltmeisterschaften in Degu teil. Bei den Europameisterschaften 2012 erreichte er in Helsinki das Halbfinale. Im November 2015 beendete er seine Karriere. Erfolge 2002 zu sechs Platzjunioren Weltmeisterschaften 200 Meter 2003 deutscher Vize-Hallenmeister 200 Meter Junioren-Europameister 200 Meter Vize-Junioren-Europameister 4x100 Meter 2004 deutscher Vize-Hallenmeister 200 Meter Teilnahme Hallen-Weltmeisterschaften 200 Meter Im Halbfinale ausgeschieden Dritte Platzdeutsche Meisterschaften 200 Meter Teilnahme Olympische Spiele 200 Meter Im Halbfinale ausgeschieden 2005 deutscher Vize-Hallenmeister 200 Meter Teilnahme Hallen-Europameisterschaften 200 Meter U23 Vize-U23 Vize-Europameister 200 Meter 4x100 Meter Weltmeisterschaften 200 Meter Im Zwischenlauf ausgeschieden 2006 deutscher Vize-Hallenmeister 200 Meter Deutscher Hallenmeister 4x200 Meter mit deutschem Hallen-Rekord Deutscher Meister 200 Meter 4x100 Meter Teilnahme Europameisterschaften 200 Meter Im Halbfinale ausgeschieden Fünfte Platz Europameisterschaften 4x100 Meter 2007 deutscher Vize-Hallenmeister 200 Meter Deutscher Hallenmeister 4x200 Meter Deutscher Meister 4x100 Meter 2008 deutscher Meister 4x100 Meter 2009 deutscher Vize-Hallenmeister 200 Meter Deutscher Hallenmeister 4x200 Meter 2010 Deutscher Hallenmeister 4x200 m, Deutscher Wietzenmeister 200 m, Deutscher Meister 4x100 m, Teilnahme Europameisterschaften 200 m, im Halbfinale ausgeschieden. 2011 Deutscher Hallenmeister 200 m, 4x200 m, Deutscher Wiesemeister 200 m, Teilnahme Weltmeisterschaften 200 m, im Viertelfinale ausgeschieden. 2012 zu 3, Platz Deutsche Meisterschaften 200 m, Deutscher Meister 4x100 m, Teilnahme Europameisterschaften, im Halbfinale ausgeschieden. Bestleistungen 100 m, 60 m, 200 m, 200 m, 20,42 s, 2011 Deutscher Hallenrekord.